Musik 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 Los Jetzt Können wir Sein Tills Endes spielen Endlich Nach einem Jahr Nach zwei Gläsern Säcke Einem Jahr Einem Kaffee und einem Energy Drink Und ja Zurück zum Gebäude, ich höre mich wieder lauter an Okay Du spielst? Ich? Ja Erstmal Aber trink Ja, schaffst du auch Das soll nicht da sein Oh voll gut Das wird sehen Was war denn in dieser bösen Ecke eigentlich drin? Ich weiß nicht Ach, da war der Safe-Pointer kaputt Da kam er nicht mehr durch Was steht da? Das Loch ist blockiert Das Loch muss weg Ja, wir können es nicht wieder aufschlagen Hatten wir nicht so Siegel mal gesammelt Um es aufzumachen? Ja, wir hatten nochmal Siegel oder so Ne Ne? Hatten wir Siegel? Irgendwas hatten wir doch Und irgendwo war ein neues Loch Das muss bestimmt zu der Haustür Ach, das war ein neues Loch da Stimmt, in dem Wäschekammerding Ja genau, beim Trockner Deswegen können wir auch nichts mehr waschen Da ist eine Not Oh ja Ich hab schon hier reingekommen So Und die Ketten Oh Gott Es ist ein fetzenrotes Papier Ich mach heute weiter Alles zusammen zu fassen Was ich bisher über Walter Sullivan Walter Sullivan Walter Sullivan herausgefunden habe Natürlich war es ein weiter Weg für sein Alter Aber er kam jede Woche entweder mit der U-Bahn Oder mit dem Bus Der Walter Der Walter Leider wohnt jetzt ein anderer Mieter in der Wohnung Daher konnte er nicht wieder mit seiner Mutter vereint werden In Apartment 302 Als Walter Älter wurde Wurde er immer stärker Von den Wehren des Kultes Achso Er wurde immer stärker beeinflusst Er wurde nicht stärker Gleichzeitig nahm auch seine Besessenheit bezüglich seiner Mutter und sein Groll gegen die Außenwelt zu Walter beschäftigte sich stark mit einem bestimmten Teil der Bibel des Kultes Der Abstieg der Heiligen Mutter Die 21 Sakramente Durch die 21 Sakramente wird die Heilige Mutter in den Ländern der Welt erscheinen und den Sündern Erlösung bringen Nachdem Walter Wish House verließ lebte er in Pleasant River Einem Nachbarort von Silent Hill Das ist einmal nicht so abfällig hier Für eine Weile führte er das Leben eines normalen Studenten Aber er war noch immer von Bitterkeit und Gräuel gegen den Rest der Welt erfüllt Mehrere Jahre später startete er dort seinen Plan Die 21 Morde Ab jetzt liest du weiter 29. Juli Ende Sie legen Grotes Notizbuch 29. Juli in ihr Notizheft Tagebuch Tagebuch Sehr gut Don't go out Walter 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 Ich will aber da durchgucken, geht das nicht mehr? Ich will da... Das muss doch noch gehen Ah Hier steht bestimmt wieder einer Nee Schade Das wird's lame Ich komm da nicht mehr weg Also... Sorry Ich klebe fest Dann gehen wir hier halt nochmal raus Durch das Loch Ähm... Wie greift man nochmal an? Ah Hier eh nicht, ne? Oder... Ja Achso, die Karten Da fehlt... Das meinte ich nämlich mit den Siegeln Achso, aber wir haben doch alle, oder? Ja Dann können wir doch da durch Vielleicht haben wir die... Ja Ja, wir möchten das Loch betreten Was ist das? Das war letztes Mal Das ist eben... Inception Das Loch im Loch Das Loch im Loch Im Loch Ach Guck mal, wir haben jetzt ja noch Ach, die haben wir da gelassen Mit der Handtasche die Ja Die haben wir da gelassen Ich hab ihren Namen vergessen Nennen wir sie... Brigitte Komm Brigitte Walter und Brigitte Ah ne, ich will ja gar nicht weiter Nein, du bist... Matthew Greif mal nochmal an Rechtsklick Und nochmal Rechtsklick Ja, tatsächlich, hab ich recht gehabt Ne Oh, schade Ähm, Leerzeichen Leerzeichen Leerstaste Leerzeichen Ah, es muss doch schneller gehen Ah, ne Waffe Ich hab alles vergessen Das ist unfassbar Ich hab doch jetzt... Are you... Okay? Ja, passt schon Äh... Ja, aber jetzt gut berichtet Ich wähl doch jetzt... Warte, mit denen kann man doch hier switchen, glaub ich Ja Ja, aber wie wählt man die aus? Mit Enter? Hab ich auch gesagt, aber ich glaub da habe Falsch gedacht Egal, ich bin glücklich mit meinem Schläger So... Ich kann auch super gut brennen, steuern Man konnte doch auch irgendwie die Kamera drehen Ich hab alles vergessen Kannst du mir doch nicht erzählen, dass es... Nee, Brigitte Geh mal weg So... Kann man da rein? Gab's nicht auch hier, ähm... Ja, ganz, ganz vor 10 Jahren oder so Super RTL Diese... Personifizierten... Personifizierten CDs Von diesem alten Mann, der immer so Hallo, Brigitte Was? Hier ist dein Geburtstagslied Ingeborg, Ingeborg war das Hallo, Ingeborg Äh... Ja Was? Ich töte es! Guck! Ja, bin sie voll gut Ach, es zuckt noch Äh... Kannst du auch drauf treten? Ja... Ich weiß alles wieder... Nein, doch nicht Doch der ganze... Hier waren doch die Geister Stimmt Er liegt allein Ich dachte er liegt, aber da habe ich mich vergehört Ja... Ja, hör doch auf! Wie kann man hier nochmal abschütteln? Gar nicht Mach was, Brigitte Weißt du, was mich wieder irritiert? Die Katze, die da sitzt Tatsache... Sie startet... Sie startet ihm das Bücherregal an Was, was, warum... Sie will jetzt angreifen Was? Was? Du bist voll getrinkt? Ja... Es ist so un... Es ist so kacke, dass wir nicht wissen, was wir tun müssen Ja... Das ist wirklich kacke, wir müssen aufpassen, dass wir Brigitte nicht verlieren Wir haben Brigitte verloren, ja Vielleicht zurückgehen Ja, aber da ist jetzt dieser Gangster Ach, das würde ich nicht Ja... Ah, da hat sie sich auch nützlich gemacht Wie... Ah, ich bin zu langsam und unfähig Ich... Ich hänge dabei Hat er das gesagt, oder war das Walter? Der doch sein Mutterkomplex ist Ich weiß nicht, vielleicht war es doch die Perle Nee... Ach, Brigitte Korn? Wie kommt die denn mit? Weiß ich nicht Mach mal Ich komme Ich bin gleich da Hä? Der läuft wahrscheinlich andersrum Tatsache So sind die Frauen eben Ja... Komm Weißt du, ne? Tatsache So... Das war wieder zu schnell, oder? Für die gute Nee... Aber ich hab das Gefühl, wir sind total nach... Glaube ich auch Da liegt was Kuchenkerzen hier? Das ist seltsam Sie haben die Kuchenkerzen Kuchenkerzen? Farbe Kerzen? Für einen Gruppersatzkuchen Weil mich das gerade interessiert ist Ja... Da liegt ein Schläger Den wir nicht brauchen Sollen wir den nehmen? Für sie? Ich glaube, wir haben ein Item voll Ich glaube, wir können sie damit nicht equippen Ich bin mir sicher Ach, Alter Die Ollis Nein Nein Da kommen wir her Mhm Und hier ist noch eine andere Tür Ich weiß nicht mehr, wo wir hin müssen Ich weiß das auch nicht mehr Nein, scheiß Liebe geht mir irgendwie aus dem Kopf Bei mir Was quietscht ruhig, dir soll Brigitte, scho In deinem Haar Brigitte kommt nicht Das ist ein Affenmann Ne? Kann das? Äh ja, kann gut Können wir in die Tür da? Warte, ich hab wieder Angst, dass ich die Olle verliere. Was ist die denn? Ja, kommst du schon. Die ist echt langsam. Ja, die ist auch kaputt. Da liegt ein Midi-Dings. Tata. Sorry. Ähm. Danke. Ich möchte jetzt aber mal... Ich weiß nicht, wie ich das... Was? Oh, ne, da hab ich's nicht gesehen. Was? Wo kommt der denn her? Was? Er ist voll der Walker. Ne, der ist zu hart. Ich glaub, den kann man nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wenn der sich porten kann. Das ist so eine Verwagd. Jetzt würde ich auch nicht mehr wagen. Dann tritt mal drauf. Ne, ich glaub, den kann man nicht. Ich glaub nicht, dass der gebracht ist. Ne, jetzt auch nicht mehr. Komm, wir gehen da rein. Komm. Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich... Oh, 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 oh. Ich weiß langsam. Ich glaub, das war's mit dem. Kannst du aufgehört? Raubtreten nochmal? Ne. So, da kam ich ja nicht rein. Vielleicht sind wir hier richtig, wenn dieser... Ne. Die Aufzug ist nicht hier. Oh, aber da ist der Aufzug. Können wir irgendwo... ...sagen, woher mal? Ja, komm rein. Ja, wie gut, dass du schaut. Oh, äh. Mittel ist immer gut. Ja. Na? Na? Kleine Maut. Oh mein Gott. Ähm. Ähm. Warte mal, ich will jetzt aber mal was anderes ausrüsten. Wie ging das? Ähm. Was ist, wenn du Shift drückst? Ach, nicht Shift, da. Umschalten? Da wechselt sich der durch. Das ist aber auch schon mal kurz so best. Ja. Ähm. Was ist mit dem Ende? Da. Wo? Du brauchst so... Ähm, Rad klicken. Das war jetzt zu einfach. Oh, ähm. Ein Loch. Und eine Tür. Wie speichere ich noch? Ich glaube nur in seinem Zimmer. Ja, ne. Aber ich weiß nicht. Ich will nicht zurückgehen jetzt. Ach, hier sind wir. Aber... Ich weiß nicht, Blut finde ich gut. Nee, ich fühle mich nach unten. Wir sind hier doch schon tausendmal runtergelaufen. Und dann laufen wir gerade hoch. Ja, ich glaube gut. Ja. Das kann nicht stimmen. Ja. Ach man, wir haben zu lange nicht mehr gespielt. Ich weiß überhaupt nicht mehr. Das war zu schnell. Ja. Heu doch. Ich befreie dich von deinem Leid. Oh. Siehst du? Was ist denn, wenn wir in den Aufzug einsteigen und nach unten fahren? Ich kann da nicht mehr rein. Doch. Ich dachte gerade, dass jemand nur nicht nach... Eileen heißt die. Eileen. Ist ja fast wie Brigitte. Fahr mal Aufzug nach ganz unten. Da war was. Ja. Der Spacko wieder. Kannst du dir nicht liegen? Er kommt einfach und legt sich dahin. Warum? So, ich mach mal eine Pause. Äh, alles okay. You okay, bro? Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Hier ist sonst nichts, ne? Nee. Soll ich mit dem Aufzug noch ganz unten? Ja. Weil sie sagt ja, ich frag mich, was ganz unten ist. Aber irgendwann, du darfst nicht schneller sein als eine andere. Ich kann doch nachkommen. Das ist wahrscheinlich nicht. Ein echter Gentleman würde ihr nämlich die Tür aufhalten. Auf einem Fahrstuhl. Auf einem Fahrstuhl. Sie hat einen Gips und sie hat in der anderen Hand einen Schlagstock. Ich weiß nicht. Da hat auch immer jemand die Fahrstuhl und die Tür auf. War das jetzt richtig? Ja. Ich lege die ganze Zeit immer unter. Ist das hinter der City? Ich glaube, wir waren noch nicht in diesem Aufzug. Da ist ein Fleder-Baus. Du kannst es ja benutzen, dein Nervstofftrink, den wir aufgenommen haben und den dann... Oh, nee. Das sind Pistolenkugeln. Aber danke! Die können wir natürlich auch gebrauchen. Was? Ich wollte die Tür aufmachen! Sag mir mal bitte, wie das Ding da hinten getroffen hat. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Was ist das? Ach, mein Gebot das Kerzen. Das sind doch diese Kerzen gegen die Geister. Aber egal. Ich stelle mich den Geister. Wie komme ich da jetzt rein? Gar nicht? Nö. Kann doch nicht sein. Hä? Kannst du... Was Licht kannst du dann erst auf dem Boden dran? Nee. Dann müssen wir wohl von der... Haben wir eine Map? Gibt es sowas wie eine Map in diesem Spiel? Ich glaube nicht. Ich erinnere mich nicht. Wie bitte waren wir... Oh, das ist der Leiter. Das war gerade noch nicht offen, oder? Nein. Oder? Nein. Wow. Sieht so scheiße. Oh nein, die Alte ist nicht hinterhergekommen. Die kann doch keine Treppen nehmen. Achso. Ja, dann sammeln wir gleich wieder oben ein. Ich hab mich falsch rocken. Du kannst hier mit deinen Schläger wegmachen. Dann kannst du wieder hochklettern. Achso. Bei dir. Oder du kannst auch nicht gehen. Brauch ich da nicht, oder? Oder wo bin ich jetzt? Wenn ich in den Kapitel rauszunehmen. Der Leiste der hinfährt. Auf die gleiche Seite. Wahnsinn. Hä? Ich muss wieder gehen. Ich will den Schläger. Ich glaub, der ist ein bisschen schneller. Oh, das ist so. Mit meinem Gesicht, mein Ferner. Ich kriege in ihr Face was anderes Neues. Mach den Rechner. Ich wollte es nicht. Der liegt auf dem Boden. Oh. Oh. Ich weiß nicht. Was ist denn das? Dass man nicht sieht, was es ist. Wenigstens, um uns schein zu benutzen. Wenn wir eh können es benutzen. Ich glaub, wir müssen eigentlich zurück erstmal. Und dann müssen wir Scheiße wegbringen. Nein, ich brauch das nicht. Egal, was das da ist. Oder du schießt jetzt erstmal dann eines Magazin leer. Quatsch. Dann lass ich lieber diese Eierschale da liegen, oder? Das war das ja wichtiges. So Spiegelsplitter oder so. Dann werden wir das noch herausfinden. Pass mal jetzt hier umgucken. Merken wir uns das einfach mal. Man sieht auch so gut. Oh. Cutscene. Cutscene heißt, ist doch der richtige Weg. Okay, mal gucken. Und Kleine Walter. Gibst mir einen Sinn. Ja gut. Danke. Du hast es zu mir auch gesucht. Ich bin der böse Bruder von der Hexe aus dem Ghibli-Film. 21 Leute vielleicht. Und er guckt so... Chris denkt sich, oh scheiße, Janina und Rieke können nicht mehr helfen. Wenn wir ein höheres... Oh, hör auf! Wenn wir ein höheres I wechseln, wird das nicht passiert. Ich glaube, für die Pärchen brauchen wir die Kibli-Film. Ich mache jetzt, was du gesagt hast. Was ist das? Ach, jetzt bin ich auf der Seite. Tut drauf! Ich kenne auf mein Kopf. Und die muss ich dann gewollen? Ich würde mal sagen, ja. Na gut. Was? Ich glaube, du musst sie erst besiegen, um noch reinzukommen. Besiegen? Fehl da raus endlich, ey! Kannste drauf treten? Wenigstens auf die. Ich mag Frauen, die vor mir kriechen. Die gar nicht mal Popo schießen kann. Also das verbraucht mir jetzt echt zu viel Munition. Ja. Dann nehme ich das. Okay. Komm her. Am besten kannst du jetzt schon mal schlagen. So, jetzt! Glitch! Das ist gar nicht mehr gruselig. Das ist kaputt. Doch nicht dadurch. Aber hier ist nichts, ne? Kannste dagegen schlagen? Von da kam ich, ne? Ja, von da kamst du. Ja, dann gehe ich doch weiter nach rechts. Prügel mal gegen die Tür mit deiner Spitzhaacke. Hast du hingeglitscht? Dick. Zum Summerschlussverkauf. Neue Klamotten kaufen. Winterschlussverkauf. Buff. Kannste die Scheibe kaputt machen? Aber ich glaube, so viel kann man von dem Spiel nicht erwarten. Nein, man kann durch die Scheiben schlagen. Aber das passiert nicht. Da muss sich unser Held doch einen anderen Weg suchen. Und zwar durch die Hintertür. Mit der Tür. Klappchen. Klappchen. Oh ne, nicht wieder die verrückten Stühle. Alter, ist das geil. Wo muss ich nochmal lang? Ich hatte doch schon mal Angst vor denen. Alter! Da hinten ist die Tür. Genau. Ja. Ja.